Kann ich die Mission damit triggern? Das ist jetzt, äh... Da ist noch eine zweite Mission dazwischen, die... Tau... Wollt ihr mich verarschen, warum Tau bye bye? Um... Hey! My heavens! Yeah. Hä? No! Hm... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ja, ich kenn das Gesicht! Tau bye bye! Ha 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 ha! 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 Ja meine Güte! Die Mini auf den Sack, du Old-Code! Weg, du Unkraut hier! Hey! 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 Das war's! Ernsthaft! Ich hab' gesagt, ich kämpf' gegen ihn! Das wär' cool! Gegen Tauberweil zu mal kämpfen! Wär' eigentlich mal Hammer! Ja, der Kranischer heißt der eigentlich und das ist irgendwie sein Bruder gewesen. Und er ist der alte, drehende hier, Meister von Tenjin Han, der mit den drei Augen... Auf Wiedersehen! Aber weil er ein Betrüger ist, deswegen ist dann Tenjin Han auch von seiner Schule raus und lässt sich auch so gehen. Der ist eigentlich jetzt mit einer der Schüler von Hannah Schulgröten. Und Tauberweil hat eigentlich Respekt auch an Son Goku gekriegt, weil er stärker war als er dann selbst. Und was ich auch Respekt finde. Aber dass sie gerade irgend... Das habe ich jetzt gerade null verstanden, die kleine Nebenstory hier. Nur noch eine, ne? Irgendwo? Das macht gerade Spaß. Nee, ich muss die Hauptstory Schwannerspielen. Also man muss sagen, bestimmte Sachen kenne ich mich noch aus, so bei was ist so ein bisschen so, wie die Geschichten so geht. Juhu, endlich mein Level ab nach 20 Jahren. After a fierce showdown with the Saiyans, the Earth was safe one day. But safety came at a hefty price. The Drolls, the only hope bringing back those who had lost their lives, were gone. Thanks to what Vegeta said, however, Gohan and the others learned of more Dragon Balls on Kami's homeworld, Planet Namek. After they had found Kami's old spaceship, Gohan and the others made preparations for their long, arduous trip to Namek. Und jetzt schreiben wir ein neues Kapitel. Telefon Kapitel 1. Sorry. Hello? Oh, äh, hi Booma! Gohan, is that you? Oh, perfect. You're just the person I wanted to talk to. So listen, it's about the spaceship. The, the spaceship? Uh, are you sure you want to talk to me about that? Yep. If you've got some time, do you think you could meet me here at Capsule Corps in West City? Oh, sure. I'll be there soon. What could she want to talk about? I guess I'd better head to Capsule Corporation to find out. Holding out for hope, on planet Namek. Maybe, maybe the spaceship's ready for takeoff. She wanted to talk to me specifically. I'm not sure I'll be of much help, though. Can I with you also anything else to do? Hello? Hey! Huh? Ich hatte nur als Spaß angequatscht. Ah, schön, endlich mal die Neugnis um zu machen. Die hab ich noch nie hingekriegt, äh, drücken können. Wie geht es? Ich bin jetzt weiter. Du bist doch nur als Spaß. Ich bin jetzt eine Re лес. Du bist doch schön. Wie geht es? Du bist doch gar nicht. Du kannst dich auch nicht. Du kannst dich einfach mal die Neugnis um zu machen. wir reingehen? Mit Chichi reden? So, kid, was ist? Ein bisschen freundlich mal hier, Mutter. Und nicht so biesig zu mir. Ich hab dir nichts getan. Bye. Schade, dass es keine Dialoge gibt, dass wir nicht selber reden. Ähm... Was? Huh? Huh? Sicher, das ist okay. Äh, okay. Ah, Mom's always worried about me. Hä? Das ist die ganze... Das ist die ganze Mission? Was? Ähm... What? Hey there! Yeah! Ha ha ha! Nein, das mache ich einfacher. Wir fliegen schneller mal in die City. Wir brauchen Möhren. Vier Stück. Und was brauchen wir erstmal für? Und was brauchen wir? Dann kommen wir zurück und haben alles. Ich habe diesmal wenig Geld, sehe ich gerade. Schade. Aber was so spät unten oben ist. Ich glaube, ich kann das. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich habe das Gefühl, es geht nicht. Ja, ich wollte extra einkaufen. Hooray! Ha, that was delicious! Hey! Yeah! Kate! Hmm. Aber sagt man hier so mit der großen Reise nach dem neuen Planeten. Machen wir dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden uns das nächste Mal wieder sehen. Bei Dragon Ball Kakarot oder egal was ich mache. Dann haut rein! Ciao, ciao! 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 Ciao!